Dass man zumindest wahrnimmt, es gibt durchaus demokratische Muslime, die hier leben wollen, die sich für Freiheit einsetzen, die sich gegen Gewalt einsetzen. Und wenn das der positive Nebeneffekt ist, dass man das einmal in Istanbul... Also der Heumat ist zum allergrößten Teil leer. Das ist hier vor allem. Muslime sieht man hier fast gar keine. Es gibt hier eine Menge Polizei. Ja, ja. Und das ist eine derartig lächerliche Veranstaltung hier. So etwas haben wir lange nicht gesehen. Heute Abend in den Medien werden wir wieder hören, dass hier ein ganz deutliches Zeichen gegen Terrorismus gesetzt wurde. Da bin ich mir ziemlich sicher.